Hallo und herzlich willkommen bei let's show minecraft ja was habe ich zu sagen heute sind wir mal zu dritt und nicht nur zu zweit wie mit fdc freak und sonst bei den let's shows hier ist auch schon der dritte mann der zu rego boy hallo ja er kann auch ding ich habe ihn schon in einem anderen let's show vorgestellt also beziehungsweise erwähnt und wo ist der fdc freak swat heilheit ist am zielort eingetroffen sr stellgestanden mandant jesse ne heute zeigen wir euch mal hier hinten dass ein kleiner andere teil vom server vorhin habt ihr den ganzen vorderen teil mal gesehen und ich würde sagen dann zeigen wir euch mal wie sich das hier hinten alles entwickelt hat also starten wir gut also heute ich fliege ich mal mal was anderes hier ist gerade ein haus in bau wenn wir gucken scherums haus im bau xd das xd finde ich unnötig ja was kann ich eigentlich groß dazu sagen das hier ist die atmen wenn man neu in den server kommt spawnt man hier es ist noch nicht ganz fertig aber eigentlich schon ziemlich ne ja das hätte das hätte eigentlich das schönste haus werden sollen aber ist es schlussendlich nicht geworden ja denn mein kollege jakob hier hat hier hinten mal so ein scheiß blockhaus gehabt nur so ein kack block ja und dann habe ich mit seinem haus pimp mal minecraft gemacht und dann ist hier das raus gekommen also ich bin es ehrlich gesagt sehr schön ne so hier vorne eigentlich recht schlicht und ja gefällt mir ja hier hat ein kollege von uns hat hingeschrieben was jakob bis jetzt wahrscheinlich noch nicht bemerkt hat die geilen häuser also eigentlich unsere zeige ich noch von ihnen für das andere werden wir wenn wir wahrscheinlich keine zeit haben und für euch wird sagen gehen wir mal rein hier so treppe ne so ja treppe hier treppe aber treppe was treppe will ich sagen treppe und nicht zu vergessen bücher ja ne die altbewährten bücher jetzt noch keine Ahnung wie so aber bücher lol was war das gerade Sven naja wie schon gesagt ich und er heißen gleich Sven und Sven also Sven führt immer ein bisschen zur Verwirrung wenn wir uns ansprechen oder so also besser gesagt wenn uns jemand anderer fragt nachher immer Sven nachher beide ja ja aber so viel dazu ne dann würde ich sagen ja zeigen wir euch mal das Haus gründlicher hier einfach nochmal ne Treppe hier geht man rauf so wie vorhin ähm ich wäre eigentlich dafür gewesen dass du äh das andere Haus von ihnen gezeigt hättest äh das weiße hier vorne ne einkaufszentrum ahja schau mal hier ist unser neustes Werk auf dem Server das einkaufszentrum ist noch nicht ganz fertig kommen noch lehnen und so rein aber ich find's episch ich kann es doch mal schnell zeigen wenn man es reinkommt das finde ich echt episch muss ich sagen so hier so wie und große Halle und und uns Grundleuchter und ich find's echt voll episch was sagt er dazu es wenn bei meinem Haus steht jetzt mein Haus Jakob von MC Sven 2 2 1 1 1 jähriger bei 95 gepimpt ich hab eigentlich nichts gemacht doch das ist geholfen ne ne hab ich nicht nicht ich dachte scheiße egal hier ist ein kleiner ähm so wie ein Treppenhaus ne aber ja dann würde ich sagen gehen wir mal weiter zeigen also dann was wollen wir noch zeigen hier ist sozusagen das hier ist das erste Haus auf dem ganzen Server ey ich meine das erste Grundstück ja das erste Grundstück von hier hinten nicht vom Server von hier hinten der Anfang war ja ähm das Hotel wieso habt ihr ein Boot und im Boot nochmal ein Boot ein Boot ne eben kein Boot sondern ein Boot ja das könnte natürlich nicht von mir sein ne ja ne äh gar nicht hier oben hat's auch Boote gehabt hab ich gemerkt aber die sind schon weg und ja hier ist das erste Haus wie schon gesagt ähm ich meine von hier hinten jetzt ist nicht von überall und joa dann äh dritte das dritte große beziehungsweise spezielle Haus oder vierte um genau zu sein hier hinten ne ähm ist das hier meine Villa ja meine Villa ja deine Villa mhm die hab ich gebaut und ich find's echt schön vor allem innen drin ne so das find ich ehrlich gesagt noch echt schön gemacht also innen dran innen dran ist es das beste bisher was ihr gebaut haben also was auch komplett fertig ist ja komplett fertig meine das ähm Einkaufszentrum muss noch fertig werden hier hat's noch ein kleines Labyrinth für die die wollen ja aus Büchern ne aber ich geh jetzt mal weil ich den Weg kenne direkt hoch in den dritten Sven Hallo ne ich seh dich ich dich nicht warte nicht mehr so ne hier haben wir noch kleine Aussichtsräume hier drüben ich bin jetzt bei der Bücherei Bücherei bei der Bücherei bei der Bücherei ja jetzt jedenfalls hier sind wir in meinem Zimmer sozusagen hier unten mit Schweizer Flagge ich bin Schweizer noch noch so bis ich nehme mir jetzt ein Buch haha kannst du nicht nehmen ich kann nicht lesen so ne und für die jetzt so ja ich bin jetzt mal grob für die Pornodarsteller gibt's hier hinten und so wechseln nicht mit vorne Ecke ja ne so Porno Ecke und auch nein ein Scham-Eckchen ja das auch ne so zum sich eine runterholen und jo was auch immer noch es sind so spontan eingefallen ja ne hier so Porno Ecke hier hinten ganz hinten und hier hat's ähm Wichsräume so ein richtig kleines privates Puff ja hier ne so hier so schön mit einer Pflanze ja wenn lädst du wenn lädst du eigentlich dort so ein da kannst du so richtig schön dein weiß da kannst du so richtig schön siehst du dann dein Sperrwaffe ist im grün hier weißt du oh weh musst du das sagen äh kicken raus man gerne ne ja wer hat hier angefangen hä ja Sven ja kicken wir Sven kicken wir Sven er hat in den gegen den Fehler du kannst diesen Spieler nicht rauswerfen ich weiß die jetzt jedenfalls hier haben wir ein Eisfeld so zum Schlitzschuh laufen zählt das zähl sorry das sind raus sucht die schert du sagst es ist ach Menno nee jetzt jedenfalls hier so ne hier so Puhl hier so ne oder so ja hier so ähm hier so ne hier so ne ach komm jetzt da raus ja das wird kommt ein okay ähm Jo was also will ich sagen hier haben wir mal ein Riesendildo so ja Riesendildo oder kennt ihr wisst ihr hier hin äh von wo sprichst du jetzt von Leuchtturm ah hättest ja näher zeigen können ja hier haben wir einen Tower den hab ich gebaut oooooh der hat er gebaut er ist eigentlich auch schon seit Beginn des Servers drauf also er ist ja auch ein Hauptmacher sozusagen Hauptbauer oder was auch immer ja ne die haben wir haben sich hier schon eingenistet in in dem Tower ne hier so die NPCs wer von euch hat's gemerkt wir haben ein Texture Pack ja genau das hat sich auch noch verändert zum letzten mal ähm diesmal verwende ich das Texture Pack Janina Craft genau gleich äh genau gleich wie den Let's Plays aber hier ist so ein Drogen Junkie ne gerade mit seinem Jointer da in der Fresse kifft hier so schön eine rein ne sieht sieht einfach geil aus ja ne hier so alter der ist schon voll drauf guck dir mal seine Augen an und ja hier FZZ Entschuldigung wo muss der sein aber Sochtu ja du bist auch der FZZ Fan ja ich weiß hier haben wir einfach so ein klein provisorisches Haus ha 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 ich kann nicht lesen welcome home ey was Let's Seekund welcome home was wo no not Let's Seekund was heisst hobbylos ja sollen wir das jetzt erwähnt von wo wir kommen von wo wir kommen wie meinst du ja ja wir kommen von der Mutter wo sonst oh nein wirklich oh mein Gott ne ja aber Leute wir sollten jetzt mal weitermachen mit dem Let's Show ja ja was kann man hier hinten groß eigentlich noch zeigen außer noch schnell ein kleiner Rundflug so ja wir kennen kleinen schau mal auf die Karte die Karte wenn du sie hast ja ich hab sie nicht in der Hand ich gehe da ich gebe sie dir eine ich gebe sie ich gebe sie schon zu spät ich hab sie jetzt schon Arschloch also nein hier jetzt jedenfalls mal das große Stadion auf der Karte ihr seht ihr mal wie groß das ist Idiot jetzt hast du es verraten stimmt kacke ist doch egal man sieht es ja noch nicht ja das fünfte Let's Show wie schon gesagt wird ein Special und wir haben es eh schon gesagt dass es ein ein ja ein Stadion ist und das ist riesig geworden und auch geil finde ich und ja das wird dann im nächsten Let's Show kommen aber hier seht ihr mal wie groß das ist ja im Vergleich zu der Karte ist schon recht groß und der andere große Klotz neben den ähm ja dem Pfeil wo wir gerade sind ja das ist der ähm zweitgrößte Gebäude also das Einkaufszentrum und das was im Wasser ist das ist der so ein riesen S-Automat ja der fette Block dort ich kann den mal der ist aber immer noch nicht fertig ja ähm ich gehe jetzt noch nicht dort raus weil dort haben wir noch Pixel Bilder und so das werde ich auch mal sehen er wird er noch die Polizei zu einer jahr die Polizei ne hier oben mit in Chile ist eine Polizeistation für das schon gesagt ist ein Bucket Server aber ja ja und hier will gerade die Welt nicht laden John Kellner nee kein Schanker aus und man auch gibt die Welt nicht laden so jetzt hat sie geladen würde ich sagen und gehen wir mal wegen entlang sind sie Besucher der Pistich werden besuchen Sie für hey was soll der Scheiß sagst du guten Tag Sir wer wollen Sie besuchen deine Mutter das Licht hier tut mir leid Arschloch ja hier Gefangene würde ich mal sagen ne so ja Gefangene und hey Leute Polizei dort ist jemand voll bekifft was dort ist jemand voll bekifft ja aber ich würde mal sagen wenn wir noch Zeit haben zeige ich euch noch mal schnell ähm ja noch etwas kleine spezial so dort hinten ja wir haben noch werden noch zwei Minuten noch zwei Minuten ja okay da würde ich sagen zeige ich euch jetzt halt mal noch diesen Bereich hier mit den Pixel Bilder denke ich mal wir können ja eigentlich auch das Hass von dir noch zeigen ah ja ja okay ist jetzt nicht gerade so spannend und links ja auch nicht gerade so schön also ja hier Pixel Bilder hier der Son Goku aus Dragon Ball Z Mario und hier Mario It's a magic It's a me Mario let's go ah genau so hier noch äh ja hier wird äh wie schon gesagt der fette Klotz hier der Riesensautomat Essensautomat der wird noch fertiggestellt hier hier haben wir noch für alle hello reach hello drive fans für den Xbox 360 ne hello so versteht ja ich nehme ich nehme ich nehme warte wie heißt Leute Alter das sieht irgendwie so epic aus so hier so für was ist der Scheiß hier Wuhu welcher die hier ah keine Ahnung yeah gehst du mal runter ne aber geil so ja hier ne hier hat's ne Schlucht hier hat's ne Schlucht hier unten ja na aber komm doch raus ich würde sagen hier so ne ne und sein Haus wer ihn kennt aus meinem Let's Play hier ist auch gleich das erste Dorf wer es kennt naja das kennst du auch so der Server ist auch alt also da haben wir zum Teil nicht wirklich so prächtige Gebäude ja wir werden ich würde sagen in der nächsten Zeit hier auch noch ausbauen ich werde dann auch so ein aktuelles Video dann noch machen wie ich sagen wenn wir neue weitere Sachen hier hinten gebaut habe und bevor uns die Zeit abläuft äh kommentarfrage hat noch jemand eine ne kommentarfrage ja ne kommentarfrage gute Frage so ganz spontan ganz spontan ne kommentarfrage zum Beispiel ja ich ich ähm ich hätte vielleicht eine einfach mal äh muss also ich frage mal also muss überhaupt äh über Minecraft sein ist scheißegal ne ist egal auch wenn es nicht über Minecraft ist einfach nicht über Pornos okay amen okay jetzt jetzt kann ich meine Frage nicht stellen ne nein ich hätte ich hätte zwar eine Sven du meinst das jetzt nicht ernst oder was kannst du sie wirklich nicht stellen wenn es nicht über Pornos sein darf na bitte ich bin doch nicht der der die ganze Zeit nur über Pornos spricht das bist du na ist egal ich hätte jetzt eine kommentarfrage okay habt ihr einen Verbesserungstipp für unseren Server wenn ja sagt ihm also wir ihr könnt auch so ein Gebäudevorschlag irgendetwas schreiben und ja dann gucken wir dass wir das hier machen können es hat auch noch Fläche ja wo wir schon bereit gemacht haben hier zum Beispiel oder hier noch etwas anderes wenn ihr auf unseren Server wollt schreibt uns einfach in den Kommentaren an und ja oder schreibt uns eine PN oder so ja also dann würde ich sagen hören wir auf oder ja ich hoffe es hat euch gefallen ja ich auch und ja dann bis zum nächsten Mal und ich hoffe ihr guckt auch unser Let's Play und noch kleine Ankündigung wir morgen wir morgen ne übermorgen beginnt ein neues Let's Play von uns es wird ein spezielles sein nämlich mal aber wir verraten nein nicht mehr verraten ja wir verraten nicht mehr ihr werdet es dann sehen und ja ich hoffe ihr guckt auch das also ja bis dann und ja bis zum nächsten Mal ja tschau